Was ist das denn? Hier ist er! Ich komme! Alter! Na, mein Hübscher! Macht ihr irgendwas? Nee! Hä, waren die nicht im Trailer viel größer? Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK! Wir sind immer noch daran, den Bronto zu tamen, aber der ist gleich fertig, also es dürfte eigentlich kein Problem sein. So, es gibt einen neuen Update, und zwar, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt der? Dimetrodon. Ein Dimetrodon und, ähm, ein Scheißkäfer. Ja, ihr kennt die in echten Leben, die mit der Scheiße rumspielen halt, ne? Ähm, die sind jetzt hier reingekommen, und wir wollen gucken, halt, wie wir jetzt welche kriegen, aber eins ist scheiße, wir... Der Bronto ist gleich wieder. Ja, ähm, wie kommen wir schnellstmöglich zum... Er ist fertig, und du bist nicht hier gewesen. Ey, hör auf! Ja. Ja, das kann doch nicht möglich sein. Er kommt, komm mit, Digga! Du bringst ihn aber jetzt nicht hier rein. Alter, schaut euch dieses schöne Tier an. Oh, oh, oh. Hallo! Ach, hast du einen Peteran oder dann gleich mitgenommen? Jawohl. Hallo, Leute! Hallo! Alter Schwede! Nein! Ach, tötet es, ich tötet es! Oh, sorry, sorry, Digga! Du hast dir wirklich Schaden ab, die machst du in der Sünde. Ja, ist doch nicht schlimm, ist doch nur ein Schlag. Folgt bei dir gut, mein Peteran. Ja, er soll auch mir folgen, weil nicht, dass du ihn da jetzt zu uns in den Lager einfach bringst. Wie willst du ihn denn da reinbringen? Ach, du Scheiße. Ähm, Bronto, einmal folgen bitte. Scheiße, der stimmt, der kann gar nicht durchs Tor. Kann auch. Ja, ich hoffe, der kommt jetzt hier herum. Alter Schwede. So, komm mal her, Bebe. Oh, wir haben so schöne Tiere hier, so schöne Dinosaurier. Oh! Deutsch, komm mal her, ja. Ähm, ja. Kommst du her? Ich stück hier den anderen Dinos fest. Ey, komm, der, er hat es geschafft, ähm, über Steine zu klettern und sonst was. Und jetzt kann er nicht über einen kleinen Dino rüber? Nein, das kann er nicht. Wollen wir ihn da lassen einfach? Komm, da bleiben, hopp. Ähm. Ja, komm mit. Ich stück fest. Alles, doch. Ja, komm, wir gehen zu Fuß. Wir brauchen keinen Dino. Los. Alter, guck, guck dir, wie er gucken. Guck, guck, wie er gucken tut. Wie süß. Du hast es nicht gesehen? So, was haben, was habe ich denn eigentlich alles? So, Tellurius Dangerous Space. Ja, 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 ja. Ach stimmt, hier haben wir doch gar kein Feuer reingemacht, ne? Wie geht denn das? Kein Weg. Egal. So, bist du fertig? Bist du ready? I'm ready. Äh, wo geht's zum Sumpfgebiet? Wo geht's zum Sumpfgebiet? Karte? Ja, guck auf die Karte. Wo, wo sehe ich da jetzt ein Sumpfgebiet? Ähm. Ah, wir gehen einfach... Da wurde... ...to the right. Los. ...du mir Folgen tun, ja? Lebensmüde. Warum Lebensmüde, hallo? Ihr wollt doch auch bestimmt einen neuen Dino sehen? Ja, jeder will den sehen, aber wer läuft denn schon querfelde ein? Ähm, wir haben... ...wir haben einen Speer und der ist aus Metall. Alter, kann das sein, dass hier irgendwie... ...voll viele Pflanzen sind? Alter, Schwede. Apropos Pflanzen, ich muss mal Sachen sammeln. Wie gut das ist, gerade sei. Nee, aber guck mal. Alter, also ich kenne das Gebiet hier eigentlich. Wir alle kennen das, wer die Folgen schon beobachtet hat. Aber die Vacation hier, alter Schwede. Saden abbekommen. Ja, ein bisschen. Ich habe auch gemacht. Oh, am Spockboot. Nee, Spaß. Nee, aber... Ich würde mal langsamer. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Echt nicht? Nee. Aber was hast du denn alles mit? Oh, guck mal, wollen wir... Komm, da gehe ich kurz hin. Ich habe... ...mach das jetzt an. Ja, guck, was du rausmachen kannst und so weiter, weil ich will kurz gucken, was da drin sich befindet. Hallo, Piteranodons. Aber irgendwie... Guck mal, hier wächst schon... Die Pflanzen wachsen schon hier auf dem Sand. Oh, sind hier coole Piteranodons. Wow. Die muss ich wieder mal anziehen. Ein Kompass. Wow. Hey, komm mal zurück, du weiß-blauer Digga. Ey. Nee, aber was ist hier los, ey? Hier ist ein weiß-blauer. Wo denn? Da oben. Er kommt gerade runter. Ja, du brauch... Wir haben jetzt drei Stück. Du brauchst noch einen. Guck mal, wie gut der aussieht. Lass die Finger von denen, lass die Finger von denen. Nein. Gucki, will ich dich holen? Ich schaue ein, ich bin treu, ja? Ich brauch nichts weiteres. Wie konnte ich gerade so weit springen? Was ist das? Keine Ahnung, manchmal kann man das. So, ich schmeiß jetzt einfach die Axt weg, meine Pieke schmeißen weg. Komm mal, alles rein. Ich laufe schon. Okay, wir haben bis jetzt... Es ist noch keiner irgendwie hier in Sicht. Man hätte... Ach, die Käfer waren ja im Trailer in der Höhle. Kann das sein, dass sie nur in der Höhle sind? Äh, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich habe selber noch gar nicht nachgeschaut. Aber ich weiß, dass die anderen auf jeden Fall... Ja. Hm. Wie viel Grad ist hier? 24 Grad. Ich glaube, ich muss mich gleich nackig machen. So viele, diese Saurier. Und so schöne Piterane. Du hast doch schon zwei. Ja, du kannst hier noch eingebrochen. Ich kann erst eingebrochen, wenn meiner tot ist. Oh, hier ist ein schwarzer Para mit einem weißen Kopf. Okay. Aber jedes Mal... Kannst du jetzt mal auf mich warten hier? Ich sch... Oh ja, komm, leck meine Eier hier. Ich komme nicht so schnell nach. Okay, bist du tot oder nicht? Du wolltest mich töten hier. Oh, ein Dilo tötet mich. Nein, der hat gar keine Chance hier. Oh, voll in die Fräse. Oh, wir sind stark. Wir sind stark geworden. Wo sind... Was? Geht auf Schwäche. Warum Schwächere? Die wollten mich angreifen. Ja, ja, ja. Hätte ich ja auch gemacht. Also, haben die gedacht, die können mich töten. Also, ruh. Immer mit der Ruhe hier. Oh, oh. Nicht gut. Irgendwas verfolgen. Oh. Da ist eine Schlange. Also heißt das... Sumpfgebiet. Genau. Oh, der Trackslitter war echt mitgenommen aus. Bau die Schlange ab. Dann gibt es... Oben sind wir drei oder vier Raptoren. Oh. Hier. Was ist das Tote hier? Wo ist was Totes? Oh, hier ist ein Raptor. Ich sehe dich gar nicht, wo du bist. Egal. Du folgst mir schon. Ach, da bist du. Versteckst dich wohl hier im Gebüsch, wa? Ja, vor dir. Warum sind die Viecher immer noch pink? Keiner. Ich habe das doch rausgemacht. So, komm. Ich will unbedingt diesen Dimetrodon sehen. Einer der Vorfahren von... Ah, da kommt ein Krokodil. Einer der Vorfahren von... Wo ist der? Spinosaurus aegypticus. Eidechsen. Nein. Dimetrodon ist der Vorfahrer von... Ja, 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 ja. So, da haben wir uns sagen. Da hinten ist ein Frosch. Da hinten ist ein Raptor. Ein Skorpion. Alter, hier gibt es ja richtig Krieg. Hier, Giraffe gegen ein Krokodil. Oh, coole Location. Ey, stimmt. Wo du es gerade sagst. Voll düster aus. Das sieht richtig krass aus. Oha, die machen den noch nicht fertig, oder? Keine Ahnung. Komm, wir helfen den Giraffen. Oh, fuck. Wir helfen, du sch... Die Schlange hat mich erwischt. Ja, er springt wieder, wie immer. So, hier ist irgendwo... Alter, was? Greif mich nicht hier an. Ach, fuck. Alter, die sehen voll gut aus. Ja, ich glaube, sowas... Hä? Ja, komm. Gib mir die weißen Bären. Hast du was? Oh. Ich kann nichts machen. Bitte. Irgendwas. Komm. Irgendwas, komm. Alter, hilf mir. Hilf mir. Das ist nur ein Sarko. Töte ihn mit deinem Speer. Bin dabei. Ich habe noch genug Energie. Also, keine Panik. Also, ganz in Ruhe. Mach alles ganz in Ruhe. Es liegt alles an mir. Ja, es liegt auch an dir. Da. Ne, ich höre nichts mehr. Hast du weiße? Ah, ich stehe schon auf. Ich wollte dir gerade was in deinen Mund stecken. Alter. Oh, ja, du kleiner Wichser, du. Ja, komm, lass uns weg hier. Das ist mir hier so ein bisschen zu gefährlich. Oh, ich kann nicht schnell laufen. Hast du Sachen eingesammelt oder wie? Eigentlich nicht. So, wo könnte der jetzt hier sein? Der, der, der müsste eigentlich übelst auffallen, ne? Der. Ach, komm, lauf doch in Zeit, du. Okay. Hier ist ein sehr schöner Platz. Ach, hier sind wir. Ich bin gerade durch die Grütze geschwommen. Oh mein Gott. Ach, kannst du dich doch nachher waschen. So, da hinten ist ein Biggerfoot. Da ist ein Sarko. Alter, was geht hier ab? Da ist ein Raptor. Da hinten ist ein orangener Raptor. Ja, hier sind mehr Raptoren. Und ein R-Karten. Alter, die Schlange kommt hier oben rauf. Die Käfer kommen hier oben rauf. Alter. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, gut, dass das jetzt kein... Oh, hier kommt die Schlange, kommt, die Schlange, kommt. Komm weg hier. Lass weg. Alter, ich will nicht schon wieder einschlafen. Komm weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich bin gleich die Nächste, die einschlägt. Alter. Da leckt mich doch einer. Ich bin anschlafen. Echt? Ja. Äh, warte, warte, warte. Ich habe hier drei weiße Bären gefunden. Den nehme ich auch mit, den Bogen nehme ich auch mit, Sperre nehme ich auch mit. Ach, komm, ich nehme alles. So, wo bist du? Da, wo wir eben gerade waren. Ja, ach da. Oh, komm. So, wie mache ich das jetzt? Remote to use dann, ne? Ja. So. Oh, geht sehr schnell runter. Ja, komm. Zehn. Und du bist oben. So, komm zur Miete. Oh, die Giraffe, die sieht doch cool aus. Welche, die schwarze mit oben pink? Ja, geht schon, ne? Na, 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 na. Oha, da kommt eine Menge. Schaffen wir, schaffen wir alles. Schaffen wir lockerer. Schaffen wir! Oh, 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 oh. Das will ich nicht angreifen, Giraffe. Das wäre ganz fatal gewesen. Schlange, lau. Ja, nicht schlimm, also. Eine lange. Ich muss kurz was wegwerfen, weil ich irgendwie bin ich nicht gerade so. Oh, die Schlange kommt. Ja, ich esse noch kurz hier ein paar Sachen. Ja, die ist genau hinter dir. Ja, danke, danke, danke. Wo ist sie denn? Ah, da! Nein! Na, ihr blöden Scheiß. Oh Gott, oh Gott. Was denn? Ne, sie ist sehr, sehr nah hinter mir. Alter, der Pinke sieht auch von vorne ganz ziemlich gut aus. Der sieht nicht so pink aus, weißt du? Alter, überall, äh, Schlangen. Oh, lauft doch mal besser, das Spiel hier. Alter, im Video sollte man einen besseren Treiber rausholen, weil... Und ne weiße Schlange ist auch da. Dann läuft das mal besser. Oh, da ist die schwarze Kuh. Komm mal mit hier. Hier dürfte sie jetzt nicht kurz rauskommen, äh, raufkommen, weil ich muss kurz Sachen wegwerfen. Sag, wenn sie kommt. Sie kommt. Ja, bekommt sie... Ja. Alter, die kommt doch... Äh, hallo, komm weg hier. Du schläfst gleich ein, wenn du jetzt... Nein, ich wurde noch nicht getroffen. Echt jetzt? Jetzt wurde ich getroffen. Und tot. Komm. Komm weg hier. Ich möchte so'n Demetrodon finden. Ich möchte ihn finden. Von wem oder was wären wir jetzt angeguckt? Ja, von der Libelle, das ist... Das ist einfach nur Sünde. Alter, hier sieht das so krass aus. So, was kann ich nicht... Oh, der Riegel sieht Hammer aus. Alter. Komm mir die mal an. Hey, Digga, sie mich mal an. Alter, da sieht er gut aus. Ja, ich gucke ihn mir gleich an, wenn ich sehe, wo ich bin. Ich komme mir grad'n bisschen näher. Ich komme dir irgendwie hin mit dem kleinen anderen Ludo. Also, der sieht extra mal aus hier. Ja, ich habe hier einen getötet. Pass auf, ich stehe neben dir. Der kommt da, glaube ich. Okay. Okay, es ist... Der hintere. Ja, ich sehe wieder nicht. Ich töte sie, ne? Boah, Stange kommt, Stange. Alter, Leute. Also, wenn ein Gebiet gefährlich ist, Sumpfgebiet. Oh ja. Sumpfgebiet hundertprozentig. Ähm, ich mache mal Movement Speed. Also, ich habe bei mir Gewicht hoch gemacht. Ja, Gewicht... Weil, sonst komme ich gar nicht mehr hinterher. Jetzt laufe ich wenigstens schneller. Ja, geht. Ach, hier, Leute. Von diesen Bäumen hier, da kriegt ihr die Sachen, wofür man ein Känguru tame muss. Aber halt höchstens von einem Baum kriegt ihr höchstens ein. Ja, lass mich. Was pfeifst du hier, hä? Ich habe nicht gepfiffen. Habe ich echt gepfiffen? Ja. Ich habe gedacht, du wärst das. Oh, die sieht doch cool aus hier, die Kuh. Warum nennen wir die eigentlich Kühe? Nee, ich nenne sie Giraffe. Weil es Giraffen sind. Von mir aus können wir den auch tame. Nee? Zu weit weg. Müssen wir machen, wenn wir noch ein zweites Lager haben. Ja, das kann doch nicht sein, dass hier nicht ein einziger Dimetrodon zu sehen ist. Oder sie ist hier irgendwo ein. Ähm. Das kann doch nicht sein. Nein. Ähm. Was machen wir da? Schlange, Kokodil, Schlange, Kokodil, Lauf. Ja, lass uns hier durchlaufen. Ja, hier kommen auch ganz schnell Piranien. Ja, wir sind ja schnell. Wir schwimmen ja nicht. Wir können gehen. Rennen. Oh, Leute, habt ihr das gehört? Ich habe nur ein Affen. Ja, Alter. Voll die krasse Atmosphäre. Oh, hier sogar Nebel. Wenn man drüber fliegt, dann hört man schön. Töten. Ja? Komm, nicht töten. Wir müssen weiter. Hier gibt es Level. Ja. Ja, okay. Also töten. Tot. Ach, du hast ihn schon getötet. So, ein Frosch. Schlange. Oh, ich brauche was zu essen. Boah, guck mal. Wenn du hier jetzt bei mir bist, äh, die Stelle kennst du noch von früher. Schnell essen, essen, essen. So, ich komme. Nee, das glaube ich nicht. Wir laufen hier stundenlang rum und finden nicht einen einzigen. Ah, jetzt komme ich dann hier raus. Boom. Hier kommst du. Boom. Stimmt, die Stelle, ich kenne nicht. Nee, Leute, also das kann irgendwie nicht wahr sein. Hä? So, M drücken. Auf die Karte gucken. Ach, guck mal, wo wir auch sind. Wir müssen noch ein Stück weiter da hoch, glaube ich. Okay, Leute, also. Wir, also ich schalte gleich nochmal rein, wenn wir jetzt einen gefunden haben. Und halt, wenn was Spannendes passiert. Also schneide ich ihn natürlich auch rein. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder gleich. Boah, es kann doch nicht sein. Irgendwo. Ich höre, die Viecher sind bestimmt noch nicht mal. Oh. Es lohnt sich gar nicht, die zu holen. Wette ich drauf. Jo, und Dilo. Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen, wann? Hallo. Na? So. Na, was willst du? Alter, wir haben... Oh. Was ist das denn? Hier ist er. Ich komme. Alter. Na, mein Hübscher. Macht ihr irgendwas? Nee. Hä, waren die nicht im Trailer viel größer? Ja, das... Na, das stimmt eigentlich. Der ist so groß wie ich? Gerne an. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Hä, hat die Schwimmflossen? Da ist noch einer. Wo? Hier oben. Oh, wie sieht der aus? Oh, du hast rot. Ähm, pass auf. Als erstes machen wir den down. Ähm. Ja, was machen wir? Pfeile? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt da oben drauf. Na, der wird schon nicht schnell sein. Ich... Ich knall nach... Willst du den anderen machen und ich mach den? Ja. Okay. Oh. Na, komm, 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 komm. Alter Schwede, vor den kann ich weggehen. Oh, der ist voll cool. Weil der hat gerade voll gebrüllt, meiner. Der hat auch gebrüllt, so Art wie ein Löwe. Mal sehen, komm, lass mich was schlagen. Oh, ich bin derer, man ist weg von mir. Ich versuch gerade hier gucken. Oh. Ey, was fressen die eigentlich? Ähm, Fleisch? Weiß ich nicht. Ha! Oh, ich hab gedacht, er ist down. Aber es sah nur so aus. Oh, voll in die Fresse. Alter, die haben ganz schön viel Leben, kann das sein? Ich weiß es nicht, ich hab Angst, dass ich den töte. Ich hab ihn jetzt schon... Ah, 15 Pfeil in die Fresse verpasst. Vielleicht verpasst man jetzt auch gerade mehr? Ich glaub, die verrecken ja, bevor wir sie tame. Alter, meiner sieht schon voll vergewaltigt aus. So, jetzt lad dir schön deine Energie auf. Hä? Der muss doch schon längst da umgehen. Junge, komm. So, jetzt noch einmal in die Fresse. Wie viel Pfeiler hast du hingegeben? Ja, fast alle, die ich habe. Hör auf. Ja. So, Digga. Hä? Der geht nicht down. Und Meiner hat Level 2. Meiner hat Level... 14 hatte der, glaub ich, so wie ich gesehen hab. Ja. Ich brauch Fleisch. Irgendwas stimmt hier grad nicht. Hä? Jetzt haut er ab, jetzt haut er ab. Na, komm. Leg dich hin, leg dich hin. Komm, du willst es doch auch. Baby, komm. Na, komm. Einen Schlag kriegst du noch. Na, jetzt reicht's aber. Er haut schon von mir ab. Hä? Heiliger Schwede. Was denn? Der, den ich eben grad down gemacht hab, der ist aufgestanden. Hör auf. Wie schnell ging das denn? So, jetzt mach ich alle Pfeile drauf, ne? Ey. Jetzt reicht's aber, oder? Also, ich glaub, den, den ich hier tamen wollte, ich glaub, der verrägt, ja. Er ist gestorben. Ach, scheiße. Wie ist er gestorben? Er ist gestorben. Hast du irgendwie noch Pfeile oder so? Ich hab nur noch fünf Stück. Ja, komm her. Knall hier drauf. Oh, der hat Prime mitgegeben. Der will nicht down gehen. Oh, warte, warte. Er ist down. Er ist down. Alter. Ja, dann such mal Narko-Bären. Ich hab Narko-Dinger. Ähm. Oh, such du, such du. Alter, Schwede. Hop, 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 hop. Pass auf. Äh, äh, er steht... Ich schwör, das ist ja voll heftig. Pass auf. Es ist jetzt bei der Hälfte. Schnell, 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 schnell. Beil dich, beil dich, beil dich, beil dich. Ja. Oh, scheiße, wir hätten die Narko-Dinger holen müssen. Schnell, beeil dich, beeil dich, sammle, 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 sammle. Ich hab bis jetzt keine gefunden. Nicht dein Ernst, dann haben wir ihn verloren. Dann haben wir ihn jetzt... Alter Schwede, was ist los mit dem? Prime mit rausholen. Alter Schwede, der hat noch nicht mal einmal gegessen. Ist er aufgestanden schon? Ja. Alter, Leute. Das kann nicht sein, oder? Nee, das müssen wir in der nächsten Folge versuchen. Guck mal, wie er liegt, ne? Ja, voll wie eine Eidechse so. Er liegt... Alter Schwede. Ja, das Viech ist allgemein nicht hübsch. Naja, auf jeden Fall. Was machst du da? Naja, auf jeden Fall war's das wieder von der weiteren Folge... Ja, bleibst du stehen. Warte. Warum? Guck mich an. Das sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Hallo. Warte. So, auf jeden Fall war's das wieder von der weiteren Folge Ark. Ja, die Viecher sind jetzt... Ja, ich sag mir, sind jetzt nicht so besonders. Boah, der guckt dich voll an. Der umkreist dich. So, das waren die Viecher. Wenn Tay möchte, nehmt alles mit, was ihr habt, weil der geht ziemlich schnell hoch. Also, der schläft nicht lange. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020